hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren spiele vorstellungen heute auf unserem kanal sofort und gleich youtube ja und eventuell ich weiß nicht genau ob wenn die noch wenn die fern noch bei uns zuschaut wenn die fern wenn du das siehst das one is for you man also diese dieses video haben wir dir ganz besonders gewidmet ist neu rausgekommen das spiel please confirm your age okay mach mal 18 93 alter import screen in app soll ich irgendwas machen ja ja ist ja in ordnung so genau also downloading assets bandy in nightmare run tap to beginn so nun der leder noch was zwei left and right to make bandy boom ja ok swipe up to jump swipe up while ok so und dann wieder runter alles klar collect weapons es gibt auch waffen ist da dann kann ich die werfen was was specksuppe und herz ok alles klar jetzt schauen wir mal wie wir bei bandy run nightmare run zurecht kommen ja das sind ja so dinge die kennst du doch auch hast gespielt oder ich hab schon ganz viel doodle jump gespielt warst du bist nicht doodle jump collect collect so bandy walks the planet act war außer zum animativen to run spielen und sonst macht man das gar nicht mehr rein kann ich ja irgendeine abiliee tischern mit hinzufügen mach jetzt dann und start uns erstmal weiter rein Nee, ich muss erst mal... Hallo, wir müssen das Spiel vorstellen. Sorry, aber dazu gehört auch, dass man sowas hier auswählt. Wie geht das? Perchase? 500? So viel hab ich doch gar nicht. Doch, hab ich nicht. Nein, das war gar nicht. So, also. Play now. Ach so, das sind die Specksuppen, das ist die Währung. Was? Geil. Specksuppen als Währung? Bacon Soup. Knisch'ne Flasche, oder? Ähm, das war grad ne knisterne Flasche. So. Loading 90% your show will beginn shortly. Willst du anfangen? Ja. Okay. Ich fang mal an. Eigentlich bist du ja nicht der Dumpenwanger, aber... Leute, in Fortnite zum Beispiel, wenn er gleich in einen Riss reinspringen muss, springt der Meisterskrank vorbei. Was leckt das? Legt es bei dir genauso hinweg? Kann ich das jetzt nach hinten werfen? Ja gleich. Warte mal... Ja, 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 warte, warte warte warte, warte, ich muss die Suppen einsammeln, ich muss die Suppen einsammeln, ich muss springen. Das leckt ja mal mega. Oh die He... Ich muss... Ich bin super. Ich hab's voll drauf. Eieieieieie... Muss ich hoch... Muss ich hochspringen, oder? Ey, ich... Leute, ihr werdet vielleicht, das leckt ein bisschen Hardcore. Ja. Und... Das liegt doch mehr als auf deinem Tablet, ne? Echt? Ja! Guck dir das an! Guck dir das an, wenn ich gleich dran bin! Aiuiaii... Uauaauauauauvershovet Oh ich bin, glaube ich, jetzt schon gefressen worden... ... ähm... Das habe ich sehr gut hin bekommen... Ähm... Nightmare continues So! Okay, ich bin dran! also ihr merkt ich bin ja rechts links hoch springen er sieht sah bei mir nicht an das aus auf dem tablet ja genau ja jetzt wird auf dich geschossen das hast so jetzt stelle ich mir das auf meinem alten tablet das könnte ein klein wenig problematisch sein dann also ich denke mal so dass es wirklich am meisten sinn macht für neuere geräte ganz neue geräte wenn die run aber das sieht bei dir glaube ich besser aus als bei mir ich glaube du hast eine heilung du hast eine heilung eingesammelt ja du bist schon weiter als ich werde ausweicht es ist unglaublich hier ausweicht ich habe da ich bin glaube ich habe glaube ich jeden schuss abbekommen den es gab wieder ausgewiesen woher weißt du wann das runter kommt jetzt hast du einen abbekommen jetzt bist du gefressen worden hallo was nicht noch kaputter es geht doch nicht kaputt so ich hab's doch nicht mal hart aber ja oh gott so wie ich mache das ja viel zu sehr auf dem tablet wie man swiped und passiert gar nichts nice so also alles für neue geräte gedacht also nicht für vergleichstablet ja es wird mal zeit dass wir uns mal ein neues holen ich muss mal hier hilfe ich hol mir bald ein neues hilfe es leckt so hart wie ihr oh mein gott na doch perfekt hey aber diesmal kriege ich es glaube ich ganz gut hin ich würde sagen es leckt gar nichts ich kriege es diesmal glaube ich aber ganz gut hin ja ich habe es gerade voll drauf ich bin voll der crack habe ich dem eigentlich jetzt gerade was nach hinten geballert ich bin schon alter ich bin richtig gut gerade habe ich das gefühl oder den habe ich nicht abkommen war jetzt ein bisschen ungeschickt wie werde ich den denn los dahin ich muss die waffen glaube ich benutzen wie benutze ich die ich bin ausgebilden ich bekomme das mal mehr als auf dem tablet findest du ja alter wie weit muss ich rennen tausend meter ist jetzt zu sagen meinst du ja ich spalle dem so viel darum die ohren jetzt habe ich besiegt oder was ist denn das jetzt was ist das das ist ein schwarzes loch nur noch oder oh mein gott recht zunächst gehen die an mir vorbei alter 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 ich nein muss mich verarschen er ist direkt hinter mir was soll das ich habe eine heilung wie weit muss ich mein gott das kann nicht sein das soll so lange sein wie es gut ist alter toll jetzt kriege ich hier eine tonne vor die nase geknallt alter das kann doch nicht wahr sein ich will mich veräppeln der gleich ist echt tot ja ich bin da alter hau ab was soll das wie soll ich denn das schaffen ich kann mich jetzt noch mal 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 wieder geschafft der gleich so jetzt muss ich doch mal mit der axt muss ich die doch so ich werfe jetzt die axt hä muss ich die nach hinten werfen muss ich auch das ding nach hinten werfen das macht überhaupt nichts wie kriege ich die los nein wie will hä kriege ich die los haben deine spiele auch so lange gedauert bei den runs was musstest du auch so weit rennen bei deinen runs nein nein ei 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 also bei manchen war es endlos und bei echt ja du meinst das hier auch so ein endlos runner wahrscheinlich so wie das aussieht die meisten sind auf bestimmte zeit und manche sind einfach endlos bist du schuld ach ich heil mich noch mal du musst ein leben jetzt bist du frei musst du einfach 3 zolle getan werden so wie krieg ich den los man gar nicht ja aber ich habe doch jetzt bin ich mal gespannt ob ich damit dann quasi das level geschafft habe ist es dann ja irgendwas muss ja dann zum schluss also eine halbe stunde wenn ich dann irgendwann mal fertig bin juhu leute ich wundere wenn das video über 15 minuten oder so dauern wird geht schon eigentlich werde ich es nicht mehr schneiden nein jetzt bin ich tot so ich bin ich tot ok ja willst du es auch noch mal probieren jetzt hier ich will mal gucken was was gibt es denn an xp hier äh hab ich denn was bekommen guck mal da oben die kann man doch kaputt machen da gibt es doch einen bonus scheinbar dafür mal 0 mal 0 progress level 1 explorer costume stats damage dealt damage received scheiße du kannst das gleiche level wieder machen so willst du es ehrlich hab ich nicht weiter gekommen ja nein 5000 zuppen lass uns noch mal probieren bendy walks the plank hau rein jetzt bin ich gespannt ob er weiter kommt wie weit war ich gewesen bei 2000 2400 na dann mal bin ich gespannt ob du diesen rekord schaffen kannst ich bin gespannt jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt Ich achte jetzt nur auf den. Ich achte jetzt nicht, ob die komische nach oben darf. Ja, achtest nur auf den und dann hat er hier gleich schon eine verballert gleich mit dem ersten Schuss. Ich find's so witzig noch. Ja. Aber ja, bist noch ausgewichen. Hast immer noch 8 von 12. Weiß doch aus! Das ist nicht mehr geschafft. 324 Meter. Ja Leute, Bendy, wenn du da zuschauen solltest, kannst du ja mal in den Kommentar reinschreiben, ob du da bist. Und ja, wie schafft man es? Wir haben es jetzt nicht gerafft so richtig. Wahrscheinlich muss man die irgendwie kaputt machen, aber wie? Ich hab ja versucht, die zu treffen, aber das hat bei mir nicht so ganz geklappt. Also, wenn's euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet's nächstes Mal wieder ein, wenn's wieder heißt, ja, keine Ahnung, irgendein neues Spiel. Ja, die bist ja noch uns. Wie60. Das war's.